Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und als allererstes möchte ich dir natürlich von ganzem Herzen ein frohes, gesundes, neues Jahr wünschen. Das Jahr 2019 hat angefangen und ich muss sagen, es fühlt sich genauso an wie das Jahr 2018. Trotzdem habe ich mir natürlich viel vorgenommen. Man hat ja immer so ein paar Vorsätze, die man sich für das neue Jahr steckt und auch ein paar Ziele natürlich. Die habe ich mir alle mal so ein bisschen definiert. Ich hoffe natürlich, dass wir hier gemeinsam auf diesem Kanal weiterhin viel miteinander zu tun haben. Und ich versuche für coolen Content zu sorgen. Und mich würde es natürlich freuen, wenn du dafür sorgst, dass du weiterhin zuschaust. Ich habe heute etwas ganz Besonderes vorbereitet, nämlich ich habe einen kleinen Ausschnitt für dich aus meinem aktuellen Photoshop-Kurs. Ich habe vor Weihnachten am 1. Dezember diesen Photoshop-Kurs rausgebracht. Das ist Photoshop für Fotografen Teil 1. Für absolute Anfänger. Also wenn du mit Photoshop noch nicht viel zu tun hattest, wenn du dich da noch nicht rangewagt hast, dann ist dieser Kurs genau das Richtige für dich. Denn da erkläre ich wirklich von Grund auf, wie dieses Programm funktioniert. Und ich habe dir heute einen Ausschnitt mitgebracht, wo ich dir erkläre, wie man Farben im Bild ändern kann. Da gibt es verschiedene Einstellungsebenen und ich arbeite da mit der Farbton-Sättigungsebene und wie ich da besonders einfach die Farbtöne, die Sättigung und die Helligkeit ändern kann. Kommen wir nun zur Korrekturebene Farbton-Sättigung. Und ich muss sagen, ich freue mich besonders auf dieses Video, weil ich dir hier so viel zeigen kann, wie man sein Foto in den Farben verändern kann. Das ist einfach unglaublich und es macht unglaublich viel Spaß, sein Foto so zu manipulieren, dass es am Ende richtig toll von den Farben aussieht. Lass uns direkt hier reinschauen. Ich habe hier die Farbton-Sättigungsebene in der Korrekturenpalette ganz links auf der zweiten Zeile. Und da klicke ich jetzt einfach einmal drauf und dann erstellt sich hier wieder automatisch eine Farbton-Sättigung 1 Ebene in der Ebenenpalette. Das Eigenschaftenfenster ist hier jetzt wieder etwas umfangreicher und das ist auch ganz gut so, denn wir können jetzt hier tatsächlich ganz viele Sachen machen. Ich kann jetzt hier als erstes mal in dieses Dropdown-Menü hier gehen und mir verschiedene Farbkanäle auswählen. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte gerne mal diese Magenta-Farbe hier in diesem Werbeplakat ändern. Ich möchte also meine Farben in dem Bild einfach etwas mehr reduzieren auf bestimmte Farben. Ich möchte es nicht ganz so bunt haben und da könnte ich jetzt zum Beispiel reingehen und mir hier mal die Magenta-Töne auswählen. Und was jetzt passiert, du siehst hier unten, da hat sich jetzt etwas verändert. Wir haben jetzt hier in dieser Farbskala vier kleine Punkte bekommen. Die inneren beiden Punkte, das ist jetzt hier die Farbauswahl, die wir getroffen haben. Ich habe jetzt hier die Magenta-Töne ausgewählt und du siehst jetzt hier auch schon, diese beiden Regler hier begrenzen genau diesen Magenta-Ton hier in der Farbe. Dann haben wir noch zwei äußere. Das innere hier ist quasi die harte Auswahl. Also von diesen Tonwerten wird alles ausgewählt und hier nach außen haben wir die weiche Auswahl. Das heißt, wir haben jetzt hier noch so eine weiche Auswahl Richtung Rottöne und eine weiche Auswahl Richtung Blautöne. Das heißt, wir haben jetzt hier nicht so eine ganz harte Auswahl, sondern das Ganze wird etwas vermischt mit noch den Rot- und den Blauwerten, damit man hier einen weichen Übergang hat, wenn man Farben verändert. Das ist ganz gut so. Dann sieht man weniger von diesen Übergängen. Und was ich jetzt machen kann, ich kann jetzt hier als erstes mal den Farbton verändern. Und jetzt achte mal auf das Werbeplakat hier. Und du siehst, das Werbeplakat wird auf einmal blau. Du siehst aber auch, dass wir hier oben noch etwas drin haben, was nicht blau geworden ist. Das liegt jetzt einfach daran, dass wir hier unsere Auswahl noch nicht ganz optimal getroffen haben. Ich kann jetzt hier zum einen reingehen und zwischen diese beiden kleinen Punkte mal klicken. Und dann, wenn ich dann gedrückt halte und das Ganze hier verschiebe, dann kann ich das insgesamt alles hier so ein bisschen verschieben. Ja, und ich musste das jetzt einfach hier ein bisschen weiter nach rechts schieben. Und dann siehst du, wie das Ganze hier auf einmal komplett blau ist. Ich kann aber auch meine harte Auswahl erweitern, indem ich jetzt hier einfach auf einen der Punkte klicke und die weiter nach außen ziehe. Dann kann ich auch meine weiche Auswahl hier noch etwas vergrößern. Und dann habe ich jetzt hier einfach mehrere Farben noch ausgewählt, die von dieser Bearbeitung betroffen sind. Ich könnte jetzt hier auch den Farbton nochmal ändern. Zum Beispiel kann ich auch in die andere Richtung gehen. Und dann wird das Ganze hier zum Beispiel mehr so Richtung Orange. Das ist eine Sache, die mir sehr gut gefällt, weil hier auch die Taxis Orange sind. Und wir das Ganze so ein bisschen von den Farben her auf Orange und Blau reduzieren können. Deswegen werde ich jetzt hier tatsächlich mal mir so eine Farbe auswählen, die so ungefähr dazu passt. Ich kann jetzt hier auch zum Beispiel noch die Sättigung verringern oder verstärken. Je nachdem, wie ich das gerne möchte. Ich denke mal, so gefällt mir das schon ganz gut, wenn ich die Sättigung noch ein Stück weiter anhebe. Und was ich dir jetzt noch zeigen möchte, ist, wie wir unsere Masken, die wir hier immer dazu bekommen, noch richtig nutzen können. Ich werde jetzt hier dieses Eigenschaftenfenster mal minimieren und dann mich hier mal um die Ebenenmaske kümmern, die hier noch mit dabei ist. Die ist ja aktuell komplett weiß und wir wissen ja, eine weiße Ebenenmaske bedeutet, alles wird angezeigt. Das möchte ich jetzt mal verändern. Ich möchte diese Ebenenmaske mal komplett schwarz machen. Das heißt, erst mal alles ausblenden, was diese Farbton-Sättigung-Ebene gemacht hat und dann nur ganz partiell mit einem weißen Pinsel das Ganze wieder dort einmalen, wo ich es gerne hätte. Nämlich hier auf diesem Werbeplakat. Machen wir das jetzt einfach mal. Ich muss jetzt hier meine Vordergrundfarbe schwarz auswählen. Im Moment ist hier auch weiß und schwarz ausgewählt. Allerdings verkehrt herum. Jetzt kann ich hier auf dieses kleine Pfeilchen drücken hier und dann wechselt die Vordergrund- und die Hintergrundfarbe. Jetzt ist also meine Vordergrundfarbe schwarz und im nächsten Schritt muss ich jetzt hier nur mal meine Gießkanne auswählen und dann kann ich hier einmal in die Ebenenmaske reinklicken, sodass die auch wirklich aktiv ist. Du siehst jetzt hier dieses aktive Fenster um die Ebenenmaske und wenn ich jetzt hier einmal auf das Bild klicke, dann wird diese Maske komplett eingeschwärzt. Das heißt, es wird jetzt hier nichts mehr angezeigt. So, und im nächsten Schritt werde ich jetzt hier nochmal Vordergrund- und Hintergrundfarbe wechseln. Jetzt haben wir die Vordergrundfarbe wieder weiß. Ich nehme mir jetzt einen Pinsel und jetzt kann ich hier noch ein paar Einstellungen mit dem Pinsel treffen. Meine Deckkraft ist bei 100%. Mein Fluss ist bei 100%. Ich werde jetzt hier aber zum Beispiel mal noch die Größe ein bisschen einstellen, ein bisschen größer machen. Meine Härte stelle ich mal auf 0%. Und von der Größe her gehen wir mal ein bisschen kleiner auf ungefähr 100 Pixel. Und jetzt kann ich mir hier mit dem Pinsel einfach die Farbe dort wieder reinmalen, wo ich es gerne hätte. Das heißt, ich male jetzt hier mit weiß über diese Ebenenmaske und lasse mir damit also dort, wo ich jetzt hinmale, diese Ebenen, diese Korrekturebene jetzt wieder anzeigen. Jetzt male ich hier einfach mal so drüber, da wo ich es gerne hätte. Überall da, wo das Plakat zu sehen ist, da malen wir jetzt einmal mit dem weißen Pinsel drüber, damit das Ganze hier entsprechend dann auch so angezeigt wird, wie wir es gerne hätten. Und du siehst jetzt, wir haben tatsächlich jetzt diese Farbkorrektur nur an einer ganz bestimmten Stelle im Bild gemacht. Wenn ich jetzt hier nochmal das Vorher-Nachher anzeige, ich lasse jetzt hier mal die Korrekturebene nochmal ausblenden mit Klick auf dieses Augensymbol. So sah es vorher aus. So sieht es jetzt aus. Und du siehst, wir haben jetzt wirklich nur an dieser ganz bestimmten Stelle hier tatsächlich unsere Farbe verändert. Das ist doch echt eine tolle Sache. Und das wollte ich dir jetzt einfach mal zeigen, dass das hier mit dieser Ebenenmaske, die hier direkt mit dieser Korrekturebene mitgeliefert wird, auch möglich ist. Im nächsten Schritt möchte ich jetzt zum Beispiel mal noch die Cyan-Töne ein bisschen beeinflussen. Und da kann man das Ganze sehr gut hier zum Beispiel beobachten, hier an den Menschen hier an diesem Werbeplakat. Die haben jetzt mal gerade liedernde Frisuren bekommen. Das kann ich einstellen, wie ich möchte. Jetzt sind sie zum Beispiel mal grün. Also du siehst, ich kann hier tatsächlich in die einzelnen Farbkanäle reingehen und dann die Farben auch dementsprechend verändern. Ich könnte jetzt aber auch, und das ist ja das Wichtige dabei, ich habe ja jetzt hier eine Ebenenmaske angelegt. Das bedeutet, ich habe jetzt sowieso nur noch Farbänderungen hier tatsächlich in diesem Feld drin, was ich hier gerade maskiert habe. Ich könnte mir jetzt auch zum Beispiel eine zweite Farbton- und Sättigungsebene hier anlegen. Hier habe ich jetzt wieder die komplett weiße Ebenenmaske. Und jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, ich würde ganz gerne hier noch meine Blautöne etwas verändern. Und jetzt guck mal zum Beispiel hier in den Himmel rein, in den Horizont. Ja, da kann ich jetzt hier zum Beispiel sagen, das soll ein bisschen grüner werden, ist jetzt relativ unrealistisch. Aber du siehst, ich kann jetzt hier auch tatsächlich diese Werte alle verändern, wie ich es gerne hätte. Auch noch eine Geschichte, die ich dir noch gar nicht gezeigt habe. Wir können natürlich auch noch die Helligkeit hier verändern. Also nicht nur die Sättigung und den Farbton, sondern auch die Helligkeit an sich kann ich hier entsprechend verändern. Ich könnte jetzt hier das Ganze zum Beispiel ein bisschen heller machen, wie es mir gerade gefällt. Die Sättigung könnte ich noch ein bisschen nach oben drehen. Und den Farbton vielleicht noch ein bisschen mehr so in die Richtung verändern. Das sieht jetzt nicht sonderlich schön aus, aber wir haben hier so viele Möglichkeiten, die wir nutzen können, um unsere Farben im Foto zu verändern. Ich habe natürlich auch hier wieder Vorgaben. Das heißt, ich habe auch hier zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, ich möchte gerne einen Sepia-Look über das Bild legen. Und du siehst schon, jetzt ist das ganze Bild Sepia-lastig. Oder ich könnte hier in Richtung Cyan gehen und dann haben wir hier einen Look, der komplett Cyan-lastig ist. Ich könnte die Sättigung erhöhen oder ich könnte auch einfach die Sättigung stärker erhöhen. Also wir können auch hier tatsächlich wieder mit Vorgaben arbeiten. Wichtig zu verstehen ist, dass wir hier einfach immer wieder sagen können, wir wollen in bestimmte Farbkanäle rein. Und dann kann ich jetzt hier meine Auswahl entsprechend noch verändern mit den harten Kanten und den weichen Kanten. Und dann habe ich hier die Möglichkeit, das Ganze farblich zu verändern. Ich habe auch hier noch die Möglichkeit, wenn ich jetzt zum Beispiel die Gelbtöne mal verändern möchte. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel alle Gelbtöne so ein bisschen weiter Richtung Rot schieben. Ich habe auch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte das Bild färben. Das bedeutet wieder, ich nehme jetzt das gesamte Bild und färbe das so ein bisschen ein. Auch das ist möglich. Nutze ich nicht sehr häufig diese Funktion. Eigentlich nutze ich sie fast gar nicht. Aber du siehst, du kannst jetzt hier auch einfach alle Farben nehmen und die in eine bestimmte Farbe hier einfärben. In einem bestimmten Farbton, den ich hier oben auswählen kann. Ich kann auch hier noch die Sättigung beeinflussen. Und ich kann natürlich auch noch die Helligkeit hier beeinflussen. Je nachdem, wie ich das gerne hätte. In meinem Fall, jetzt brauche ich das nicht. Aber ich wollte dir einfach mal diese Möglichkeit auch noch zeigen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du dem Ganzen einen Daumen nach oben gibst. Und ich würde mich auch darüber freuen, wenn du mir auf Instagram folgen würdest. Stefan Schäfer 90 heiße ich dort. Dort poste ich immer aktuelle Fotos von mir. Und da ich jetzt im Jahr 2019 sehr viel verreisen werde, mir schon sehr viele Reisen vorgenommen habe und auch schon gebucht habe, wird es da auf jeden Fall sehr viel Content geben. Also ich zähle auf dich und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, mach's gut und viel Spaß beim Fotografieren und Bild bearbeiten. Ciao. Bis zum nächsten Mal.